Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von PhilFüller. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr selbst Lineatur auf das Papier bekommt. Ich hatte das Problem, dass ich in der Firma kein Papier hatte, worauf ich mit einem Füller schreiben konnte. Jedoch war das Kopierpapier ganz brauchbar. Also möchte ich euch heute zeigen, wie ihr selbst Papier mit den Lineaturen liniert, kariert und gepunktet herstellen könnt. Das ganze könnt ihr auch zu Hause machen. Alles, was ihr braucht, ist Kopierpapier und die Webseite Grizzly. Legen wir los. Im ersten Schritt ruft ihr die Webseite grizzly.com auf. In der oberen Leiste könnt ihr zwischen gepunktet, isotropisch gepunktet, liniert, kariert, Dreiecknetz, Hexagonraster, Notenlinien auswählen. Mit dem oberen Schieberegler Schieberegler könnt ihr den Abstand des Punkte-Rasters einstellen. Mit dem unteren Schieberegler könnt ihr die Farbintensität des Rasters einstellen. Über Print könnt ihr drucken. Stellt noch ein, dass in der Kopf- und Fußzeile keine Informationen gedruckt werden. Wählt die Skalierung noch ab, damit das Raster in Originalgröße gedruckt wird. Zum Schluss drückt ihr auf Drucken. So einfach kann man sich Schreibpapier selbst herstellen. Jetzt fragen sich vielleicht einige, wie sieht es denn mit den Kosten aus? Ich habe da was vorbereitet. Und zwar die Kosten des Toners betragen 3,4 Cent pro Seite. Die Kosten für das Papier, also das Kopierpapier betragen 0,3 Cent pro Seite. Unter dem Strich machen das 3,7 Cent je Seite. Das kostet eine Seite 4,4 Cent pro Seite. Ja, das klingt jetzt erstmal, ja eigentlich ist das Drucken von dem Papier günstiger, wenn ich das jetzt bedrucke. Stromkosten habe ich jetzt mal nicht reingerechnet, weil keine Ahnung, was eine Seite hier an Stromkosten verbraucht. Und der Drucker muss natürlich auch noch angeschafft werden. Aber da der E hier bei mir zu Hause ist und auf Arbeit haben wir ein riesengroßes Multifunktionsgerät, da kann man halt auch super mit drucken. Kommen wir nun zum Fazit. Wenn man einmal die PDF erstellt hat, dann ist das Drucken von so einer Seite eigentlich super easy. Man braucht dann bloß die PDF öffnen, drucken, fertig. Dann braucht man bloß noch bis zum Drucker gehen. Das kann man als Gesundheitsprävention ansehen. Also förderlich, dass man sich mal wieder bewegt. Dagegen zu setzen ist der Weg zur Materialausgabe. Der könnte ein wenig länger sein. Das ist ein Nachteil. Aber für 100 Blatt Papier wird sich vielleicht der Weg vom Zeitaufwand eher lohnen. Das weiß man nicht. Unnette Applausch mit der Materialausgabe ist ja auch was Feines. Aber wenn die Materialausgabe nur schlechtes Papier für den Füller hat, ist das natürlich keine Option, wenn das Kopierpapier besser ist für den Füller. Von daher, ich habe mich jetzt so entschieden, dass ich das Papier aus der Materialausgabe nicht mehr nehme. Und deswegen greife ich jetzt dazu und druck mir mein Papier selbst. Das ist jetzt quasi auch schon ausgerissen aus dem Block. Das ist ja loses Papier. Dann mache ich dann hier zwei Löcher rein und dann kann ich das Blatt Papier auch gleich abheften. Also von daher, wenn ich kann und jetzt nicht das Kopierpapier umstellen, dann würde ich jetzt das Kopierpapier weiter benutzen. Also mir gefällt das. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen. Ihr könnt damit was anfangen. Ist hilfreich. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch bitte. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt bitte in die Kommentare. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte. Dann macht's gut und viel Spaß beim Drucken. Ciao.